Ayrton Senna da Silva war ein brasilianischer Automobilrennfahrer. Von 1984 bis zu seinem tödlichen Unfall beim großen Preis von San Marino 1994 auf dem Kurs von Imole fuhr er in der Formel 1 und wurde dreimal Weltmeister. Senna bestritt in der Formel 1 insgesamt 161 große Preise mit Tolman, Lotus, McLaren und Williams. Er erreichte dabei 41 Siege, 65 Pole-Positions- sowie 19 schnellste Runden. Seine größten Erfolge errang er mit McLaren Honda. Große mediale Aufmerksamkeit erregte Sennas intensive Rivalität zu dem Franzosen Alain Prost, mit dem er im Laufe seiner Karriere insgesamt vier Weltmeisterschaften ausforcht. Wegen seiner Fahrweise, speziell bei Regen, bekam Senna 1985 von Lotus Teamchef Peter Warr den Spitznamen The Magic. Im April 2004 wurde Senna von einer 77-köpfigen Jury, bestehend aus Formel 1-Piloten, Teamchefs, Ingenieuren und Journalisten, zum schnellsten Formel 1-Fahrer der Geschichte gewählt. Im Dezember 2006 und im Dezember 2009 gab es erneut derartige Umfragen unter Experten, bei denen Senna wieder Platz 1 belegte. Dieselben Experten weisen allerdings im Zuge solcher Umfragen stets darauf hin, dass die verschiedenen Epochen der Formel 1 schwierig zu vergleichen seien. Karriere Als Kind einer wohlhabenden Familie gehörte Senna zu den privilegierten Bewohnern seines Landes, die die Möglichkeit hatten, im Motorsport aktiv zu werden. Er begann seine Karriere im Kart. Mit 13 Jahren fuhr Senna erste offizielle Rennen und wurde schließlich 1977 und 1978 südamerikanischer Kartmeister und von 1978 bis 1981 viermal Nacheinander brasilianischer Kartmeister. Bei den Kart-Weltmeisterschaften wurde er 1978 sechster, 1979 und 1980 zweiter, 1981 vierter und 1982 vierzehnter. Parallel dazu begann er seine Karriere in Europa aufzubauen und bestritt zunächst 1981 mit Van Diemen die britische Formel Ford 1-6-0-0-Meisterschaft, die er mit zwölf Siegen aus 19 Rennen überlegen gewann. 1982 stieg er in die Formel Ford 2-1000-Meisterschaft auf, gewann 21 von 27 Rennen und errang den britischen und den europäischen Meistertitel. 1983 bestritt er die britische Formel-3-Meisterschaft. Auch hier wurde er mit zwölf Saisonsiegen auf Anhiebmeister nach hartem Kampf mit Martin Brundl. Außerdem gewann er den Macau Grand Prix, der 1983 erstmals nach dem Reglement der Formel 3 ausgetragen wurde. Formel 1 1983 fuhr Senna Tests für Williams, Brabham, McLaren und Tolman und unterschrieb bei Tolman schließlich einen Dreijahresvertrag für die Saisons 1984 bis 1986. Dies sorgte für Verwunderung, da Tolman als das mit Abstand schwächste dieser vier Teams galt. Senna begründete seine Wahl später damit nicht als Neuling zweiter Fahrer in einem Top-Team, sondern lieber in einem zweitklassigen Team die Nummer 1 zu sein. Für Aufmerksamkeit sorgte Senna zunächst am 12. Mai 1984 bei der Neueröffnung des Nürburgrings in einem Schaurennen mit den damals neuen Mercedes-Benz 190 je 2,3 bis 16 Tourenwagen. Er gewann dieses mit 20 identischen Rennwagen ausgetragene Rennen gegen etablierte Größen wie die Formel 1 Weltmeister James Hund, Niki Lauda und Keke Rosberg. Tolman Tolman begann die Saison mit dem unterlegenen Vorjahreswagen erst ab dem fünften Rennen, dem großen Preis von Frankreich. Stand der Tolman TG 184 zur Verfügung. Der große Preis von Monaco am 13. Juni 1984 wurde zu einem entscheidenden Schritt in Sennas Karriere. Während sich mehrere Fahrer von der regennassen Strecke drehten, fuhr Ertensenna aus dem hinteren Teil des Feldes gestartet. Ein erfolgreiches Rennen und kam dem Führenden aller Postrunde um Runde näher. Allerdings brach Rennleiter Jackie E. C. K. X. das Rennen bereits in der 31. Von ursprünglich 78 angesetzten Runden ab, sodass Prost mit knappem Vorsprung vor Senna gewann. Obwohl Senna mit Tolman einen bis 1986 gültigen Vertrag hatte, erhielt er nach diesem Rennen ein Angebot von Lotus-Team-Chef Peter War für die Saison 1985. Sein Vater kaufte ihn einige Monate später aus dem Tolman-Kontrakt frei, um einen Wechsel zu dem damaligen Top-Team zu ermöglichen. Tolman ließ Senna daraufhin beim nächsten Rennen, dem großen Preis von Italien, nicht starten. Stattdessen fuhr Pierluigi Martini den Wagen, konnte sich jedoch nicht qualifizieren. Daraufhin lenkte Tolman ein und ließ Senna die beiden verbleibenden Rennen der Saison wieder an den Start gehen. Lotus bei Lotus konnte Senna bereits 1985 DK Sekunden, zweite Rennen der Saison, den großen Preis von Portugal, gewinnen und seinen ersten von insgesamt 41 Grand Prix Siegen feiern. Bis zum Jahr 1987 errang er fünf weitere Siege mit Lotus. Es waren die letzten Siege in der Geschichte des britischen Traditions-Rennstalls. Für die Saison 1987 sicherte Lotus Senna vertraglich den Nummer-eins-Status vor dem Teamkollegen Satoru Nakajima zu. Sennas unnachgiebiger und kompromissloser Fast-Heal brachte ihm Ansehen, aber auch Missbilligung ein. Er eckte oft bei den etablierten Kollegen an. Vor allen Dingen der bisherige brasilianische Publikumsliebling Nelson Piquet und der Brite Nigel Menzel. Mit dem er sich harte Duelle auf der Strecke lieferte, wurden zu Sennas großen Gegnern. McLaren 1988 wechselte Senna zu McLaren und bildete mit aller Post eine Fahrerpaarung. McLaren hatte den Motorenlieferanten gewechselt und wurde mit Honda anstelle der Tag Porsche-Motoren beliefert. Das Team war äußerst überlegen und gewann 15 der 16 Rennen. Prost wurde die bis 1990 gültige Streichresultatregel, bei der die schlechtesten fünf Rennen nicht in die Gesamtwertung eingingen, zum Verhängnis, sodass Senna den Titel gewann. Das Klima zwischen Senna und Prost änderte sich 1989, als er von Senna beim großen Preis von San Marino überholt wurde, sah Prost eine von den beiden Teamkollegen untereinander getroffene Absprache verletzt. Dieser Vorfall führte zu einem Konflikt zwischen den beiden Teamkollegen, der öffentlich ausgetragen wurde. Beim großen Preis von Italien zweifelte Prost die materielle Gleichbehandlung mit dem Teamkollegen an. Honda veröffentlichte Telemetriedaten, die bewiesen, dass Prost besonders in den schnellen Lesmo-Kurvenzeit auf Senna verlor. Beim großen Preis von Japan in Suzuka, dem vorletzten Rennen der Saison, lag Prost lange in Führung. Senna musste gewinnen, um seine Titelchancen zu wahren und setzte vor der Casio-3-Engel-Schikane zum Überholen an. Prost bog trotzdem in die Schikane ein, die Fahrzeuge kollidierten und rollten in die Auslaufzone. Prost stieg aus, Senna ließ sich von Streckenposten anschieben und wechselte bei einem Boxenstopp den defekten Frontflügel. Er gewann das Rennen vor Alessandro Nannini, wurde jedoch im Anschluss an das Rennen mit der Begründung disqualifiziert. Er habe unerlaubterweise die Schikane, in der der Unfall mit Prost geschah, abgekürzt. Die Regel besagte, dass das Abkürzen der Rennstrecke, und das war das Auslassen der Schikane nach dem Crash mit Prost, nicht erlaubt ist. Auch nicht infolge eines Unfalles. McLaren versuchte vergeblich zu argumentieren, dass das Abkürzen der Schikane um Z. B. Einen Unfall zu verhindern, vorher in vergleichbaren Fällen nicht bestraft worden sei und zudem Risiken vermeiden würde. Senna fühlte sich ungerecht behandelt und warf der FISA-Manipulation vor. Zumal mit Jean-Marie Ballestree ein Landsmann Prosts an der Spitze des Weltverbands saß. Wegen dieser Manipulationsvorwürfe wurde Senna die Lizenz für die Saison 1990 verweigert und ihm eine Geldstrafe von 100.000 Dollar sowie ein halbes Jahr Sperre zur Bewährung auferlegt. Senna gab Nacht, zahlte die Geldstrafe und nahm die Manipulationsvorwürfe öffentlich zurück. 1990 und 1991 trat er wieder für McLaren Honda an und gewann zwei weitere Male den Weltmeistertitel. Prost war inzwischen zu Ferrari gewechselt. Dabei kam es beim großen Preis von Japan 1990 abermals zu einer Kollision zwischen Senna und Prost. Vor dem Qualifying hatten die Rennkommissare Sennas bitte entsprochen, die Pole-Position von der Fahrbahninnenseite auf die Außenseite zu verlegen. Da bereits in den beiden Vorjahren zu erkennen war, dass der Fahrer auf der Fahrbahninnenseite durch den dort vorhandenen Schmutz Nachteile beim Start hatte. Nachdem Senna im Qualifying die schnellste Runde gefahren war, entschied die FISA, den ersten Startplatz auf der Fahrbahninnenseite zu belassen und keine Änderung der Startplätze vorzunehmen. Prost konnte beim Rennstart den Traktionsvorteil der IDH-Linie nutzen und ging in Führung. Senna drängte ihn jedoch in der ersten Kurve absichtlich ab, wie er ein Jahr später zugab. Dieses Mal hätte Prost gewinnen müssen, um seine WM-Chancen zu wahren. Dieser Vorfall brachte die Rivalität zwischen Senna und Prost zur Eskalation. Nach dem Rennen in Suzuka erklärte Prost. Ebenfalls im Jahr 1990 wurde Senna von der französischen Sportzeitung L'Equipe zum Weltsportler des Jahres gewählt. 1991 überließ Senna beim großen Preis von Japan seinem Teamkollegen Gerhard Berger, mit dem er eng befreundet war, den Sieg. Nachdem sein direkter Konkurrent Nigel Menzel ausgeschieden war und er erneut als Weltmeister feststand. 1992 und 1993 war Senna gegen die überlegenen Autos des Williams-Teams chancenlos, das 1992 mit Menzel und 1993 mit Prost Weltmeister wurde. Da sich Honda nach der Saison 1992 aus der Formel 1 zurückzog, musste McLaren im folgenden Jahr mit den unterlegenen Ford-Kundenmotoren antreten. Prost unterschrieb bei Williams einen Vertrag, der ihm zusicherte, dass Senna nicht sein Teamkollege wurde. Da dieser für 1993 kein Cockpit eines guten Teams mehr in Aussicht hatte, willigte er ein, für eine Million Dollar pro Rennen für McLaren an den Start zu gehen. Erst zur Saison-Mitte unterschrieb Senna einen Vertrag für den Rest der Saison und stand damit für Testfahrten zur Verfügung. Der große Preis von Europa in Donington Park wurde 1993 zu einem der besten Rennen in der Karriere Sennas. In strömenden Regen überholte er bereits in der ersten Runde vier Gegner, sodass er als Führender aus dieser Runde zurückkam, statt wie die meisten anderen Fahrer die Reifen wegen des ständig wechselnden Wetters bis zu siebenmal zu wechseln. Wechselte er sie lediglich viermal und gewann das Rennen mit deutlichem Vorsprung. Beim großen Preis von Australien kam es in Adelaide zu einer versöhnlichen Geste zwischen Senna und Post, der seine Karriere beendete. Der siegreiche Brasilianer bat seinen zweitplatzierten Rivalen zu sich auf die oberste Stufe des Siegerpodests. Noch während der Saison 1993 hatte Senna für die Saison 1994 bei Williams unterschrieben. Bereits bei Testfahrten vor der Saison zeigte sich, dass die Regeländerungen im Bereich der elektronischen Fahrhilfen dem Williams-Team den Wettbewerbsvorteil der vergangenen Jahre geraubt hatten. Dies verleitete Senna beim Saisonauftakt dem großen Preis von Brasilien in Interlagos zu einem Fahrfehler, als er sich in der 56. von 71 Runden auf Platz 2 liegend ins Ost drehte. Senna erklärte, dass das Auto schwer zu beherrschen sei, da es einmal untersteuert, um gleich in der nächsten Kurve zu übersteuern. Beim zweiten Rennen, dem großen Preis des Pazifiks, traf es Senna noch früher. Er schied bereits in der ersten Kurve nach einer unverschuldeten Kollision aus. Da er trotz des geschmolzenen technischen Vorsprungs seines Teams als selbst erklärter Favorit in die Saison gestartet war und sein direkter Konkurrent Michael Schumacher die beiden ersten Rennen für sich entschieden hatte, stand Senna unter dem Erwartungsdruck, im dritten Rennen endlich seiner sportlichen Führungsrolle gerecht zu werden. Tödlicher Unfall Bereits im Vorfeld zum dritten Saisonrennen, dem großen Preis von San Marino in Imole, ereigneten sich zwei schwere Unfälle. Rubens Berischelow brach sich im freien Training am 29. April einen Arm und die Nase, Roland Ratzenberger verunglückte am 30. April tödlich. Nach dem Tod Ratzenbergers nahm Senna nicht mehr am Qualifying teil. Beim Rennstart am 1. Mai 1994 fuhr Petro Lamy mit hoher Geschwindigkeit auf den beim Start stehen gebliebenen Wagen von JJ Leto auf, wodurch eine Safety-Car-Phase bis zum Ende der fünften Runde ausgelöst wurde. Beim Neustart blieb Senna in Führung vor Schumacher. In der siebten Runde kam Sennas Wagen in der schnellen Tamburello-Kurve von der Fahrbahn ab und schoss. Voll bremsend und ohne erkennbare Lenkkorrektur, geradeaus über den Seitenstreifen. Beim Aufprall in die Streckenbegrenzungsmauer riss das rechte Vorderrad ab, wobei sich eine Strebe der Radaufhängung durch Sennas Helm bohrte. Senna erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber direkt von der Unfallstelle in eine Unfallklinik in Bologna geflogen. Dort jedoch einige Stunden später für Hirntod erklärt. Mögliche Ursachen Die Ursache für den tödlichen Unfall Sennas ist umstritten und bisher nicht vollständig geklärt. Es gibt im Wesentlichen drei Erklärungsansätze, wobei auch ein Zusammenspiel mehrerer dieser Erklärungsansätze möglich ist. Im April 2014 kurz vor Sennas 20. Todestag nannte Konstrukteur Adrian Newey eine vierte mögliche Ursache. Die erste Erklärung geht von einem Bruch der Lenkung aus. Erten Senna beklagte sich seit Saisonbeginn wiederholt über eine unkomfortable Sitzposition in seinem Williams-Renault. In Imole stimmten Patrick Hett und Adrian Newey Sennas Wunsch zu, die Position des Lenkrads zu verändern. Die Techniker verlängerten noch vor dem ersten Training die Lenkstange, indem sie diese auftrennten und ein dünneres Rohr einschweißten. Nach dem Unfall war die Lenkung an der Schweißstelle gebrochen. Es könnte also sein, dass die Schweißnaht den starken Belastungen durch die Flieghäfte in der Tamburello-Kurve nicht standhielt und Senna somit nur noch bremsen konnte, als sein Wagen die Kurve geradlinig verließ. Die zweite Erklärung geht von einer zu geringen Bodenfreiheit des Chasses aufgrund zu stark abgekühlter Reifen infolge der Safety-Car-Phase aus. Dadurch könnte der Wagen auf einer Bodenunebenheit der Tamburello-Kurve so stark aufgesetzt haben, dass der aerodynamische Anpräsdruck abrupt Abriss und Senna den Wagen nicht mehr kontrollieren konnte. Kameraaufnahmen zeigen, dass er Nas Wagen bereits in der Runde zuvor an der späteren Unfallstelle stark aufsetzte. Nach dem Unfall beim Rennstart hatte das Safety-Car das Rennen zunächst neutralisiert und Ende der vierten Runde wieder freigegeben. Mit Beginn der sechsten Runde raste Senna in der Tamburello-Kurve geradeaus, hatte also vor seinem Unfall genau eine Runde Zeit, seine Reifen auf die optimale Temperatur zu bringen. Das könnte möglicherweise Misslungen sein. Sennas letzter Teamkollege Damon Hill äußerte in einem Interview mit der BBC die Überzeugung, dass Senna das Gefahrenpotenzial, das von den kalten Reifen ausging, bewusst ignoriert und einen Fahrfehler begangen habe. Er selbst wisse, wie heikel das Auto zu fahren gewesen sei und könne sich daher vorstellen, dass Senna ein zu hohes Risiko eingegangen sei, da er in der Weltmeisterschaft unter Druck stand. Auch Sennas damaliger Konkurrent Michael Schumacher, der zum Zeitpunkt des Unfalls dicht hinter dem Brasilianer fuhr, äußerte auf der Pressekonferenz unmittelbar im Anschluss an das Rennen seinen Eindruck, dass Senna die Kontrolle über sein Auto verloren habe. Die Tatsache allerdings, dass Senna in der Runde vor seinem Unfall in 1 Uhr 24 Minuten die drittschnellste Runde des gesamten Rennens fuhr, spricht gegen die Theorie der ausgekühlten Reifen. Sie stützt dagegen die Annahme, dass Senna mit möglicherweise zu hohem Einsatz fuhr. Hintergrund Kühlen die Reifen an einem Rennfahrzeug sich wegen verminderten Renntempos ab, sinkt auch der Druck innerhalb der Pneus und damit die Bodenfreiheit. Das Fahrzeug setzt schneller auf. Die dritte mögliche Ursache ist ein schleichender Luftdruckverlust in den Reifen von Senna's Williams, da sich ein scharfer CFK-Splitter aus dem Startunfall in einen Senna-Reifen gebohrt haben könnte. Diese Theorie findet aber in der öffentlichen Debatte kaum Berücksichtigung. Im April 2014 gestand der Konstrukteur des Williams FW 16 Adrian Newey einen Konstruktionsfehler als mögliche Unfallursache ein. Die Seitenkästen des Fahrzeugs waren zu lang. Was einen Strömungsabriss beim Aufsetzen des Wagens bei Bodenwellen und ein Ausbrechen des Hecks zur Folge hatte. Sennas Lenkkorrektur habe dann ein Abbiegen des Autos zur Folge gehabt. Eine Korrektur der Seitenkästen war vorgesehen, konnte aber nicht zeitgerecht für das Rennen in Emole umgesetzt werden. Sein Tod war für viele Brasilianer ein Schock. Brasiliens Präsident Itamar Franco ordnete nach seinem Tod eine dreitägige Staatstrauer an. Beim Trauerzug in seiner Heimatstadt Sao Paulo erwiesen ihm mehr als drei Millionen Menschen die letzte Ehre. Sennas Familie schuf das Instituto Ertensena, eine Organisation, die armen und bedürftigen Kindern, vor allem in Brasilien, hilft. Ertensena hatte bereits einige Wochen vor seinem Tod den Gedanken geäußert, eine solche Organisation zu gründen. Er wollte mit seiner Schwester Vivian die mögliche Herangehensweise an ein solches Projekt näher besprechen, wozu es jedoch nicht mehr kam. Vivian Senna baute zudem die Ertensena Foundation auf, welche für die Vermarktung der Lizenzrechte am Namen Ertensena zuständig ist und deren Einnahmen komplett in das Instituto Ertensena fließen. Eine wichtige Einnahmequelle ist Sennin H., eine Comicfigur, die den achtjährigen Ertender stellt. Nach dem tödlichen Unfall von Roland Ratzenberger hatte Senna am Morgen des 1. Mai 1994 mit mehreren anderen Fahrern die Neugründung des Fahrersicherheitsrats besprochen, der sich darum kümmern sollte, die Sicherheit in der Formel 1 zu verbessern. Die FIA entschloss sich zu diversen Änderungen im Formel-1-Reglement, um die Sicherheit für Fahrer und Zuschauer zu erhöhen. Da diese während der Saison 1994 lediglich in sehr begrenztem Maße eingeführt werden konnten, entschied sich die FIA in Zusammenarbeit mit dem Fahrersicherheitsrat dazu, potenziell gefährliche Kurven bei den Verbleibendenrennen durch nachträglich montierte Schikanen zu entschärfen, um die Höchstgeschwindigkeit der Wagen zu verringern. Wurde ab 1995 der Hubraum von 3,5 auf 3 Liter verkleinert und für einige Jahre bei trockenreifen Längsrillen vorgeschrieben. Die FIA verschärfte die Crash-Test-Anforderungen an die Mono-Cook-Vest, die daraufhin extrem verstärkt werden mussten, um größere Aufprallenergien absorbieren zu können. Zusätzlich wurden Sitze und Kopfstabilisierung überarbeitet, das Hans-System wurde eingeführt. Dank dieser Veränderungen sind seitdem viele Formel-1-Unfälle vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Für 21 Jahre blieb Sennas tödlicher Unfall der letzte in einem Formel-1-Rennen. Bis beim großen Preis von Japan 2014 Julius Bianchi verunglückte und neun Monate später an den Folgen verstarb. Die italienische Justiz leitete gegen die Verantwortlichen im Team Williams ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Dies war das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchungskommission, der unter anderem der Rennfahrer Emanuel Pero angehörte. Die Verteidiger von Williams erklärten den Unfall mit mangelnder Haftung, verursacht durch die ausgekühlten Reifen nach der Safety-Car-Phase und Unebenheiten auf der Fahrbahn, die das Fahrzeug letztlich unkontrollierbar hatten, ausbrechen lassen. Die Lenkwelle sei demnach erst durch den Aufprall gebrochen. Am 16. Dezember 1997 endete das Verfahren mit einem Freispruch. Obwohl der Vorsitzende Richter Antonio Costanzo den Bruch der Lenkssäule als einzig logische und schlüssige Erklärung für den Unfall sah. Eine eindeutige persönliche Schuldzuweisung an die Technik-Chefs Patrick Hett und Adrian Newey war jedoch nicht möglich. In einem Berufungsverfahren wurde 1999 eine mögliche Mitschuld des Teams ausgeräumt und eine Verkettung unglücklicher Umstände für den Unfall verantwortlich gemacht. Dieses Urteil geriet in die Kritik, da es kurz zuvor aus führenden Formel-1-Kreisen Hinweise darauf gegeben hatte, dass die weitere Durchführung von Formel-1-Rennen in Italien infrage gestellt sei. Offiziell wegen Formfehlern wurde das Verfahren um Senna's Tod 2004 erneut eröffnet. Adrian Newey wurde im Mai 2005 freigesprochen, da er als Chef-Designer nicht für nachträgliche Modifikation am Wagen verantwortlich gemacht werden könne. Das Verfahren gegen Patrick Hett wurde wegen Verjährung eingestellt, jedoch mit der Feststellung, dass er die Verantwortung für die Änderungen an der Längssäule trage, die wegen der unsachgemäß eingeschweißten Verlängerung gebrochen sei. Persönliches Sennas Eltern waren Milton Dasil war ein Großgrundbesitzer und industrieller und neidesinner. Er hatte eine ältere Schwester, Vivian, sowie einen Bruder, Leonardo. Außerdem war er der Onkel von Bruno Senna, der von 2010 bis 2012 ebenfalls in der Formel-1 fuhr. Erten Senna heiratete 1981 die zwei Jahre jüngere Liliane Vasconcelos. Schon ein Jahr später ließ sich das Paar scheiden. Statistik Karriere Stationen Statistik in der Formel-1 Grand Prix Siege Einzelergebnisse Film Erten Sennas Leben war Gegenstand mehrerer Dokumentarfilme. Unter dem Titel Erten Senna produzierte unter anderem die BBC 1995 eine preisgekrönte Dokumentation von Regisseur Stuart Kepp. 2010 entstand die Kinoproduktion Senna, bei der der Brite Asif Kapadia Regie führte. Der im Einvernehmen mit der Familie Senna realisierte Film, dessen Entstehung sechs Jahre in Anspruch nahm, wurde von Universal Pictures, Studio-Kanal und Working-Title-Films produziert. Der Film feierte seine Premiere Anfang Oktober 2010 in Tokio, in Deutschland wurde er ab dem 12. Mai 2011 in den Kinos gezeigt. Siehe auch Liste tödlich verunglückter Formel-1-Fahrer Audiziger Autiziger 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 Vielen Dank.